Liebe Schweizer Freunde, in diesen Tagen und Wochen erlebt das Tessin ganz schwierige Momente. Die Situation ist sehr ernst. Wenn Sie uns wirklich helfen wollen, dann kommen Sie während der Osterferien nicht ins Tessin. Wir freuen uns immer, wenn Sie zu uns kommen. Und ich weiß, wie gerne Sie das Tessin haben. Aber um uns das in dieser besonderen Zeit zu beweisen, bleiben Sie jetzt zu Hause. Wenn Sie uns lieben, bleiben Sie daheim. Uniti ce la faremo.